Jetzt haben wir gelernt in der Friede gepeiligt, als die Uhren ist gefangen geworden und die Pflicht im Hobben ist. Wenn du jetzt gerne erzählst, was ist das Schöne mit den Uhren, wenn sie gewöhnt in der Pflicht im Hobben ist. Die Pflicht im Hobben sind die Uhren, können wir uns wegen dem Empfinden, dort wie sie gewöhnt, die wir kommen, neben dem Eiser. Gebringt sie, als ich dort gewöhnt habe, wenn sie von der Pflicht im Hobben ist. Nun, wir leiken meine Uhren. Und es ist geliked, weil sie, du gehen alle heim, sie haben Gott, Gott und Geister, du gehen. Die Pflicht im Hobben sind gewöhnt, wo sie auf dem Bereich Wasser gehen, wo sie auf den Fisch gehen. Andere sagen, dass sie auf den Fisch gehen, wo sie sich in der Pflicht im Hobben sind, wo sie die Tiere, die sich in der Pflicht im Hobben sind. Und sie haben gesagt, Gott, was sie haben gemacht, was sie haben, so hat sie geheißen. Und sie haben geliked die Uhren, weil ihnen steht. Also, es ist sehr wichtig, dass sie erwähnt, dass die Uhren von der Jüdische Gott liegt, ist nicht nur ein bisschen aufgestattet, also er biegt sich, dass sie auf den Gott gehen. Sie liegt dort immer nach, kommen Sie in der Friedenpläne. Sie sehen, Sie gehen, liegt da von der Ede. Front von der Uhren. Sie sind geträgt, einmal geschehen, es kann auch gefallen. Sie kommen morgen in der Früh, noch einmal. Sie gehen weiter auf die Front von der Uhren. Und jetzt ist sie nicht noch gefallen. Sie hat seinen Kopf und seine zwei Hände. Sie sind auch geschnitten, sie liegen auf dem Tier von der Migdash, von der Getschgau. Mit dem sieht man aus, dass man sich verstanden hat, dass es in der Stadt geliebt. Sie hat gewusst, dass es am Gewalt gewesen ist, dass die Uhren nicht nur für sie, bis sie in der Welt. Und sie hat den Getschgau, nicht nur für sie, bis er war. Und so hat das geschieht bei Nacht. Ähnlich wie es heute, wie es umgelehnt war, bei Naira und Himmels, der in mir, bei Dibsch, die kommen bei Nacht zu schmieren, das ist eine interessante Sache. Und der Bruder gehört dazu, dass die Flüchtlinge, dass sie mich dort sehen, dass sie nicht auf den Schwellen von der Tiere. Das ist eine interessante Sache, weil sie nicht alle sind, sie sagen, sie wissen, sie sind nicht auf den Schwellen. Und der Bruder sagt, sie weiß zwar was, weil wenn der Mann, der Getschgau, sie sagen, sie hat den Getschgau, sie hat den Schwellen gefallen auf den Schwellen, weil meine Kinder in Skattisch gehören, von seiner Schwel, dort der gelegenen Gott, meine, treten sie nicht auf dem, aber sie haben sie. Bis dahin, es ist nicht nur geschehen, dass sie mit den Getschgesäuren sind, sondern auch die Menschen, die sind nicht ausgehalten, als die Uhren, die sind unter der Pflichten, und sie sagen, ja, da hat es eigentlich geholfen, da gab es interessant, die Iden hat sich geholfen, die Uhren, wenn man gemeint hat, dass die Iberste geholfen kann, die Uhren in die Milchum, hat sich geholfen, aber wenn es nicht alles gibt, die Sillsel, die Besäuren, das liegt bei den Pflichten, die Pflichten sind ähnlich geworden von dem. Und was ist geschehen, ganz ganz deutlich, wie Leu, das heißt, der steht Lecharim, der Glilis, und bei Kimmen, was steht in der Krieg, der Feuillen, der Gesiftkeit, der Treuhrim, auf Englisch sucht man Hemorrhoids, aber es ist nicht, ich weiß, dass es nicht gewähnt ist, weil es ist das eine Musik in der Gesache, aber es ist, das ist mir auf den Pusen, das ist ein Machle, es ist at least ähnlich zu einem Hemorrhoid, das ist immer so ein Machle, dort in der, dort wie man, von der Ästen, das ist nicht wie man macht, es ist ein Machle, 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 bei Ketze, da habe ich deutlich gesehen, dass es nicht kein Weg da ist, man wird krank, und es hat gesagt, uns will nicht die Uhren do, es ist nicht ein Insinn, wenn es Gott alle Ladende findet, aber wir schicken etwas anders, wir haben gesagt, wir haben die Sarnepflichten, die Ruhrim, die Suhrim, und wir haben gesagt, wir haben gesagt, weißt du, was ist mit Schicken in Gas, was ist das Gas anders als du, ein zweites Problem, Schicken sie in Gas, und so habe ich gesagt, ich habe gesagt, der Gas ist in der Lade, auf der Feuer, es kam bei mir immer gedauert, du sagst mir, es ist nicht nur den, es ist nicht nur, der kann man sich auch zeigen, das sind die Sarnepflichten, die Schicksalte stark, die können hier bien回來, weil es ist heißer, das gibt es, da kann ich bleiben, in Gas auch, und ich habe gesagt, ist ein dritter, ein grün, in einem famous Plotistischen, das steht, das ist der Gas, ein grün, kommt ein grün, schreit ein grün, hallo, was bringt du die Uhren, mich zu hart genommen, was geht dafür, was hat mich gesagt, das. Und wir zusammengekommen mit der ganzen Sura und haben gesagt, wir gehen zu Hause schicken. Wir müssen nicht den Weg. Wir schicken ihn mit dort. Er kann ihm kein Sammlung gemeint. Das ist ein Problem. Der Mensch ist nicht geübt, der Brügel ist auf sein. Nein, der Brügel ist, er will nicht an den Ballet stehen. Dafür müssen wir heimschicken. Und wir haben gesagt, wie kannst du hier mal es machen? Die Olle sind um die Mutter zu sterben. Kauft ihr Meid an dem Leben. Schöne immer ein Sammlung. Sie gehen nach Burem. Sie tun uns auch die ganze Zeit, die haben gesagt, dass die Burem haben gehabt über eine Einzelmung von Menschen. Das ist ein Schreckliches Mangel. Das ist ungemachte oder nicht. Das ist ein kleiner Problem. in der Welt ist er nicht gestorben, wird gar treu, denn es ist eine größere schreckliche Sache, die Heilschaffung ist ihrer Schmarrn, sondern verstanden, dass wir nicht, dass sie bleiben, damit sie heimschicken, die Uhren.